Herzlich Willkommen zurück zu Angerfoot bei Level 11 mit den Heuschrecken. Boomer der Wirtschaft. Speedrun? Nope. Töte 9 Schläger mit einer einzigen Explosion. Mal schauen ob das funktionieren wird. Ah Shit. Da sind wieder die Anderen. Da die äh. Die leiden ziemlich. Schnell sind. Ich hab die Waschentester gedrückt. Kurz warten. Okay waren das alle. Ich glaub das waren alle hier. Zumindest. Junge. Das geht ja schon wieder ab. Ich hab keine Ahnung was. Kann man da hoch? Kann man da hoch? Da kann man hoch. Ist ein Liter lang? Autsch. Joooo. What the fuck? Und was macht ihr schon wieder? Okay ich glaub wir sind hier eigentlich richtig. Wir müssen mal ganz... Wir müssen mal kurz zurück. Äh. Weiß. Wir müssen mal kurz zurück. Wir müssen mal kurz zurück. Schon wieder. Schon wieder. Was haben die für Waffen dabei? Wavezone. Okay. Das waren aber leider bloß drei. Einmal. Naja. Gut, dann geht's jetzt da oben weiter. Zum Glück bin ich nochmal zurückgekommen. Alter. Okay. Okay. Ah shit. Ein Schuss. Das war glaube ich mit der Schrotkunde. Das ist nicht so viel stuff, dude. Ich wollte schon sagen. Was sind die Waffen von denen? Danke. Eigentlich wäre das halt der normale Weg hier durch. Gut. Ich glaube das waren mehr als wenn... Dieses Skelett hier. Das ist ein Skelett hier. Ich verstehe jetzt nicht warum das Game hier immer so leckt manchmal. Ich habe gar nichts getan. Okay. Gut. Nicht schlecht. Ähm... Und ich habe jetzt... Das war jetzt glaube ich. Ey, die Levels sind ziemlich weit, weil das so schwer geht. Oh Gott. Geh mal kurz ne Warte. Geh mal kurz ne Warte. Wir sind alle dort. Geh mal kurz ne Warte. Deswegen gehen wir ganz kurz zurück. Danke. Geh mal kurz ne Warte. 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 Okay, wir sehen hier drei Lifte, dass wir wissen, was hier gleich passieren wird. Nämlich Party wahrscheinlich. Wahrscheinlich Party jetzt. Oh, shit. Heh heh heh. Okay, war's das schon? Sieht so aus. Need to go? Don't forget to sign in. Ähm. Okay. Okay. Hä? Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe gar nichts. Ich glaube, ich muss es auch nicht verstehen. Ah, shit. Okay. Ich verstehe es nicht. Fuck you! No! Oh shit! Kommt so ein riesen Ding! Nein, nein, nein! Ich sind so schwer zu treffen! So, stimmt, da hängt denn das Ding! Okay, das war's schon! Hier gibt's nix! Okay, die lebt nicht mehr hin! Die sind so fucking schwer zu treffen! Geh mir doch irgendwie erwährende Waffen, bitte! Was war das eigentlich, die Dumont Disturbed? Oh shit! Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! Wir müssen hier ein bisschen aufpassen gerade! Wo ist das? Okay! 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 Hier gab's einfach ne Schlange! Okay! 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 Level beendet! Feindliche Übernahme! 46! Doch, nix! Gut! Was? Level 13! Ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge von Anglefoot! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Haut rein! Tschüss! Tschüss!